Du willst also heiraten, ja? Wer würde dich denn heiraten, du hässliche, stinkende Schlampe? Ich kann dich nicht hören, sprich lauter Weib. Ganz nah dran ist dieser Film an der Wirklichkeit, am Terror des Sektenführers Paul Schäfer. Am Leben in Angst und blindem Gehorsam. Alltag in der Kolonia Dignidad. In dieser Kolonie der Würde zählt die Würde des Menschen aber nicht das Geringste. Es zählt einzig und allein Paul Schäfer. Seine Anhänger glauben, in ihm die Stimme Gottes zu hören. Aber Schäfer nutzt seine Macht nur aus, vergeht sich immer wieder an Kindern und Jugendlichen. Und das fast vier Jahrzehnte lang. Schäfer hat sein Paradies auf Erden geschaffen. Schäfer hat den Ort geschaffen, an dem er seine abgründigen Begierden ungestraft und unbegrenzt ausleben konnte. Die Kolonia war in Chile ein Staat im Staat. Ein 30.000 Hektar großes Areal, auf dem über 300 Deutsche lebten. Wie in einem Hochsicherheitsgefängnis. Florian Gallenberger zeichnet in seinem Thriller die bedrückende Atmosphäre bis ins Detail nach. Die Kolonia ist wirklich eine Blaupause von einem Miniterrorstaat. Also es gibt den Anführer, es gibt die Doktrinen und es gibt Brutalität. Und ich glaube, das sind die drei Säulen, auf denen das immer aufbaut. Und diese Klaviatur hat er perfekt beherrscht. Und das sind die beiden, die in die Hände der Kolonia Dignitat geraten. Daniel Brühl und Emma Watson als Liebespaar, das die sozialistische Regierung von Salvador Allende unterstützt. Wir müssen weg. Pinochet hat die Macht übernommen. Es gab einen Militärputsch. Sie verhaften Allende-Anhänger. Die haben meine Poster in der Uni konfisziert. Die werden jeden Moment hier sein. Wir müssen weg. Und wo sollen wir hin? Keine Ahnung. Einfach weg. Der 11. September 1973. Tausende Allende-Anhänger werden im Fußballstadion von Santiago de Chile zusammengetrieben. Wer denunziert wird, den verschleppt der Geheimdienst. Daniel Brühls Figur landet im Folterkeller der Kolonia Dignitat. Und so begibt sich seine Freundin auf eine einsame, riskante Rettungsmission. Hinein in die Welt von Paul Schäfer, in der die Flucht, wie sich bald herausstellen wird, so gut wie unmöglich ist. Grüß Gott. Weißt du, wer ich bin? Wer bin ich? Sie sind Pius, der gute Hirte, der seine Herde in Gottes Himmelsreich führt. Seine große Fähigkeit oder seine große Gabe, die er hatte, ist sofort zu spüren, wer war schwach und wen kann man unterdrücken und wie kann man das tun. Also er hatte wirklich wie in sechsten Sinn für die Ängste und für die Schammomente der Menschen. Männer, Frauen und Kinder mussten streng getrennt voneinander leben. Intime Beziehungen duldete Schäfer nicht. Viele sind dann eben in irgendeinem Moment umgefallen, haben den anderen denunziert oder über ihn gesprochen. Und dann gab es da entweder Strafen oder die wurden auseinandergehalten, bis hin zu pharmazeutischen Behandlungen, Elektroschock und so weiter. Die deutsche Botschaft hielt stets schützend die Hand über die Colonia Dignidad. Bis heute ein nicht aufgearbeitetes Kapitel im Auswärtigen Amt. Der Umgang mit Diktator Pinochet war unheimlich. Die Nähe zu Schäfers Sekte ein Skandal. Kolonia Dignidad verzichtet auf den moralischen Zeigefinger. Er ist ein geradliniger Thriller. Spannend, verstörend und so kurzweilig, wie man es oft nur aus Hollywood kennt. Dadurch führt er umso effektiver die verlogene Scheinwelt und den Wahnsinn der Kolonia Dignidad vor. Ein Wahnsinn, der jahrzehntelang kein Ende nahm. Untertitelung des ZDF für funk, 2017